Wir haben eine neue Terrasse gebaut am Hafen. Die wird demnächst fertiggestellt. So ein kleiner Skywalk, wo man direkt am Wasser sitzen kann und was das Ambiente dann noch mal abrundet, insgesamt, gerade mit dem Dreiseitenhof, mit dem alten Holz, den Schilfdächern, haben wir da noch mal ein Highlight dann auch mit der Terrasse. Wir haben eine tolle Weine, Südtiroler Weine, vom Freund vom Putzenhof in Bozen, den wir extra kommen lassen, so dass man dann auf der Sonnenterrasse auch wunderschön genießen kann. Wir sind deutlich unter 10 Euro mit den Preisen. Wir haben natürlich Spreewälder Plinze, wir haben natürlich Spreewälder Quark, wir haben die Grützwurst, die ganzjährig angeboten wird. Man kriegt dort schöne Tellergerichte wie Kochklops oder jetzt auch aktuell die Speigelsuppe. Also wir sind fit für den Gast und für die Saison.